Hier an der Börse sind fast 5000 Unternehmen notiert. Also was kaufen? Es müsste ein Unternehmen geben, das schon seit Jahren abgeht, Gewinn macht, wächst und wächst, mit einer ganz großen Idee. Die müssen was anbieten, was jeden interessiert. Geld. Sowas wie... Geld. Geld. Mehr Geld durch eine unabhängige Beratung. Da wäre Kribbel. Da müsste man einsteigen. AWD geht an die Börse. Seit 12 Jahren bieten wir über einer Million Mandanten unabhängige Finanzberatung. Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory. AWD. Investieren Sie in Unabhängigkeit.